Rüchtidüchtig? Rüchtidüchtig? Es liegt wahrscheinlich am Feiertag. Ihr seid das Beiwerk oder Bonbon, ja so ungefähr. Da könntest du recht mit haben. Ach, das Hörspiel. Abonnieren Sie mal! Es gibt etwa 5 Minuten Klopfen. Es gibt etwa 2, 3 Minuten. Es ist wieder herabschiedet. Es gibt nur 2 Minuten份. Wir fangen damit an. Jetzt dürfte es eigentlich nicht blitzen, ich fahre jetzt mit 59, nein, er hakt. Glück gehabt. Wenn wir bei dem Ballenverkauf angekommen sind, will ich dir erstmal neuen Kaffee holen. Und du bist Bade zu verwenden. Warte. Rami? Ja? Vorblätter Foto. Darf ich erstmal den Kuchen auspacken? Nee. Mach mal hin da. Fünf Wochen, um einen Kuchen auszupacken. Nein? Und schickt dir? Ich lass mir gleich noch mehr Zeit. Und warum ist das Meereskuchen? Ja. Aha. So. Dann werde ich mal Kaffee holen und dich beide zwei. Bis gleich. Mach das. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Das läuft fast wird. Und nächsten Mal. Jetzt muss... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe noch was geguckt was mit der zuckerrüben werden doch die zweites lager ja aber wir können auch mal langsam anfang zu verkaufen wir können ja nicht alles worten noch weiter können können wir ja wenn man das abjahr die 57 komplett bei zuckerrüben haben wir noch genug ja wir haben das alles verkaufen und 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 Ich habe gerade geguckt, wenn wir den Maisbietenden verkaufen, müssen wir zum Exporten, also müssen wir den Zug noch nicht knacken, ja, das kostet nicht die Welt, ne, schon wieder, alles weg, nix ohne, bei mir gibt es Familienpizza für mich. Das müsste ich ja nur noch gerne wissen, was wir haben, ne. Ne Döner, und lass mich raten, mit Viehkäse. Jawoll, dann lass es dir später schmecken. Und dann würde ich auch, ja bitte, bitte. Und mir wird auch so bestellen, dass dann auf jeden Fall nach dem Stream erst da ist. Und so sollte man dann doch heiß essen direkt. Ich meine, das liegt ja zwar auch mikroveliert, aber das muss nicht sein. Bei Kroketten geht dann der, aber nicht bei zum Beispiel Pommes, das geht überhaupt nicht. Da ist sie wieder. Wer? Ja. Ja. Baby, Baby, Ramy. Danke, 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 danke. Baby, Ramy. Danke. Baby, Ramy. Danke. Danke, Opi. Baby vom Stinktier. Danke, ich denke dir. Vom Stinkescheiser, Knubbelhäschen. Das wird immer schlimmer hier. Baby, Ingess von Opa. Danke, Opa. Danke, Michael. Danke, Michael. Danke, Michael. Äh, Opi? Jaa? Wen hattest du da gerade zu besucht? Schade Ja. Haben die Gäste denn auch Reis mitgebracht? Nein. Schade eigentlich. So, das Standbild ist jetzt wieder vorbei, jetzt geht es weiter.